Siegfried Sigi Kotz ist ein deutscher Schauspieler und Musiker. Leben und Wirken Sigi Kotz wuchs in Berlin, Hamm, Westf und Colorado Springs auf. Im Alter von 15 Jahren kam er über die Musik zur Schauspielerei und drehte das erste Mal unter der Regie von Marco Serafini für das ZDF. Es folgten weitere Film- und Fernsehproduktionen mit Regisseuren wie Niki Stein und Margarete von Trotta. Bekannt wurde er durch zahlreiche Episoden Haupt- und Nebenrollen sowie sein Mitwirken in den Serien Unser Charlie, dem Disney Club und der RTL-Sitcom Alle lieben Jimmy, die nicht zuletzt für den Deutschen Fernsehpreis, sowie den internationalen Emmy in der Kategorie Comedy nominiert wurde. Er spielt Klavier, Saxophon, Ditcheridoo und Gitarre. 1996 stand er zusammen mit dem Jazzmusiker Herbie Hancock für einen Imagefilm in New York City vor der Kamera. 2007 übernahm er eine kleine Rolle in einer internationalen Großproduktion unter der Regie des amerikanischen Filmemachers Spike Lee in dem Film Miracle at Sankt Anna und spielte dort einen Wehrmachtssoldaten. Weiterhin ist Kotz musikalisch aktiv und ist 2008 an der Fertigstellung des Soundtricks für den Film 2012 maßgeblich beteiligt gewesen. Filmografie 1995 Männer sind was Wunderbares 1996 Die Kids von Berlin 1997 Unser Charlie 1997 Moderation Disney Club 1997 OP-Ruf Dr. Bruckner 1997 Hallo Onkel Doc 1998 SK Kölsch 1998 Papps Versprechen Heldmann 1999 Dunkle Tage 1999 Alarm für Cobra 11 1999 Die Strandklicke 1999 Tatort Köln 1999 Die Pest 2000 Ritters Welt 2000 Der Fahnder 2000 Sommernachtstod 2000 Großstadtrevier 2001 Nachtreise 2001 Die Wache 2001 Edel und Stark 2001 Alpha Team 2002 Für alle Fälle Stefanie 2002 Soko Leipzig 2002 In aller Freundschaft 2003 Mein Leben und ich 2002 Die Rettungsflieger 2003 Hallo Robi 2003 Tatort Sag Nichts 2004 Alle Lieben Jimmy 2004 Diaspara Recorder 2005 Tatort Leerstand 2005 Ein Fall für zwei 2006 Alle Lieben Jimmy 2007 Und Jimmy ging zum Regenbogen 2007 Miracle at St. Anna 2007 Girl Dancing 2009 Tatort Neuland 2009 Fahrer Braun Kur mit Schatten 2010 Abgefahren 2012 Klappe Cowboy Auszeichnungen 1999 Goldene Kamera Gewinn des Publikumspreises für dunkle Tage 2006 2006 Nominierung Deutscher Fernsehpreis für beste Sitcom 06 Alle Lieben Jimmy 2007 Nominierung International Emmy 07 für Alle Lieben Jimmy 1 2016 Euro 2 Euro 25 Tiere 시고 Whew Vielen Dank.